Vivritta Karanasana ist eine dynamische Stellung, die Sri Yogeshwara nannt Paramahamsa vom Jog Nikitan in Rishikesh gelehrt hat als dynamische Stellung zur Vorbereitung der stehenden Vorwärtsbeuge. Auf Deutsch ist diese Übung auch bekannt unter der Bezeichnung Holzfäller. Gib die Füße etwa 60 cm weit auseinander und atme ein und hebe die Arme hoch und ausatmen. Beuge dich nach vorne zwischen die Beine, einatmen wieder hoch und ausatmen nach vorne und unten, einatmen wieder hoch und ausatmen wieder nach vorne und unten. Mache das etwa 6 bis 10 mal. Diese Stellung hilft die Lungenkapazität zu erhöhen, wärmt dich auf und ist auch eine gute Übung für die Körperbeherrschung. Diese Stellung ist nur geeignet, wenn du keine Probleme im Rücken hast, denn manchen mit Rückenproblemen empfinden es manchmal als nicht hilfreich, dynamisch in die Dehnung zu gehen. Bei Yoga Vidya halten wir meistens die Asanas eher stabil, aber manchen empfinden solche dynamische Übungen als hilfreich, bevor man dann ruhiger in der Stellung verharrt.